Hey, grüß euch, jetzt habt ihr mich erwischt, ich bin gerade dabei. Ich möchte beim Reiseführer Gustieren fürs nächste Jahr, ich möchte nämlich gemeinsam mit den Naturfreunden Metz Zuschlag und dem Sportkletterreferat der Naturfreunde einen Roadtrip in den Westen der USA organisieren und ihr könnt bei dieser Reise mit dabei sein. Los geht's im September 2025, genauer gesagt vom 12.09. bis 5.10. unter dem Motto Climb and Fun USA. Das Climb and Fun Event feiert nächstes Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Seit 25 Jahren ging es immer mit den Naturfreunden in ein Wander- und Sportklettergebiet bis dato in Europa. Die Feierlichkeiten nehmen wir zum Anlass, etwas über Europa hinaus zu gehen. Gemeinsam wollen wir den Westen der USA entdecken. Um die Gemeinschaft und das Abenteuer zu fördern, werden wir dieses Unterfangen auf Camperbasis organisiert. 22 Tage Westküste Amerika. Gesamt ca. 5.100 km mit Wandern, Zeitziehen, Klettern, Abenteuer, Tierbeobachtungen. Hier ist sicher für jeden etwas dabei. Große Städte und viele Nationalparks, Essen am Lagerfeuer, übernachten im Camper. Einfach ein gemütliches und lässiges gemeinsames Fahren über den großen Teil. Die Reise ist vor allem für all jene gedacht, die mal an die Westküste der USA wollen, aber jetzt nicht unbedingt mit einem voll organisierten Busreise und sich aber trotzdem allein nicht drüber trauen. Wäre lässig, wenn wir ein paar Wohnmobile voll bekommen würden. Nähere Infos, gibt es unten in der Infoleiste oder auf der Naturfreunde Homepage der Ortsgruppe mit Zuschlag. So, jetzt gibt es eine Vorschau über die derzeitige Strecke des Roadtrips. Änderungen sind natürlich vorbehalten und viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020